Willkommen zurück zu Kaiser Mario World 2. So, nicht wundern, dass keine Musik da ist. Das liegt irgendwie in der Overworld. So, hier kommt die Musik wieder. So, ich bin dabei. Ah, okay, da kommt Feuer raus. Ich dachte schon, irgendwas muss ja passieren hier. Zu früh. Oh, perfekt. Ah, nicht perfekt. Hier lieber auch mal eine Runde warten. Okay, lalala, das wird ein langes Cave-Level, glaube ich. Mal schauen. Zack, zack. Und jetzt muss ich wahrscheinlich auf die nächste Flamme hier warten. Oder irgendwas anderes. Ich habe noch keine Ahnung. Oh, nein. Oh, das ist schwer. Also, wenn der Football in der Lava ist, dann kann ich von ihm nicht mehr abspringen, falls ihr denkt, hey, macht das auch so. Geht nicht, das ist leider nicht möglich. Ein Stück zu früh. Fast gut. Ein Stück zu früh. Perfekt. Ah! Dieser Wichser. Das war ja klar, ey. Nein! Muss ich dann weiter nach... Also, ich habe jetzt versucht, weiter zurückzugehen. Vielleicht sollte ich eher weiter vorgehen. Mann! Jetzt springe ich immer zu spät. Jetzt wieder zu früh. Viel zu spät. Zu früh. Boah, jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich es nicht mehr drauf. Ich habe es genau, glaube ich, zweimal geschafft, überhaupt da drauf zu springen. Mist. Ich kann es irgendwie nicht mehr. Ja. Ja. Ja, falls ihr jetzt denkt, ey, Mann, ich bin voll cool hier durchgekommen bis jetzt. Hier habt ihr jetzt eine Stelle, wo ich feststecke. Weil ich das mit dem Timing hier gar nicht hinbekomme. Also, vielleicht warte ich auch ab hier nochmal. Aber das war ja nicht eine gute Gelegenheit. Jetzt muss ich wieder eine Runde warten. Okay. Klava muss ja ganz unten sein. Oh, das sah eigentlich gut aus, aber irgendwie auch nicht. Mist. Ey, ich kriege es echt nicht hin, ne? Diesen bescheuerten Football zu springen. Oh, wäre dieser bescheuerte Balken, nicht Balken, Block. Auch nicht da. Ne. Es geht irgendwie nicht. Keine Ahnung. Nein, warte. Ich rewinde mal, weil ich habe Angst, zu viel Zeit zu verlieren. Da ich dann am Ende die Zeit nicht mehr habe. So. Das muss, ich muss genau darauf springen, wenn das ganz runter geht. Der nächste, der muss es sein. Der hier. Sonst habe ich gar keine Chance. So, zack. Seht ihr, jetzt habe ich zumindest schon mal ein bisschen Erfolg. Sonst ist das Problem, es landet zu schnell in der Labe. Und ich kann da nicht mehr drauf springen. Dann liegt es gar nicht mal mehr an meinem Timing. Ich denke, die ganze Zeit liegt es an meinem Timing. Also liegt es auch, aber das ist halt auch ein Faktor, ne? War auch zu früh. Wow. Jetzt hängen wir echt lange an dieser einen Stelle hier fest. Das ist krass. Also mir wäre es lieber gewesen, wieder von irgendwelchen Lava-Dingern abspringen zu müssen. Mist. Okay. Oh, komm schon. Nein, ich kriege es. Nein. Nein. Boah. Ich kriege es einfach nicht hin. Boah. Krass. Okay, jetzt hat mich das Spiel schon ziemlich rangekriegt, muss ich sagen. Weil hier war echt eine Stelle erwischt. So fest hing ich noch nie. Also in diesem Spiel. Aber ich komme an diesen... Ich weiß gar nicht, ob ich weiter nach rechts von dem Block vorbei muss. Das schaffe ich nämlich nicht. Das habe ich gerade echt probiert. Oder weiter links halt. Und seht ihr... Der ist so gesetzt. Ich kann nur erwischt werden. Fast. Fuck. Oder ich schaffe es ja nicht rüber mehr. Ah, Mann. Und trotzdem, Alter. Ich versuche schon einen Umweg zu springen. Und trotzdem... Aktiviert sich dieser Block. Wieder. Ihr seht ja, wie ich dann teilweise noch nach links so gehe, wisst ihr. So, und wenn ich versuche ganz nach rechts zu gehen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Dann aktiviert er sich auch. Also... Lose-lose-Situation. Oh, ich hatte es fast. Diesmal... Hm, hatte ich es fast. Ah, also nein. Ich hatte es glaube ich wahrscheinlich nicht mal fast. Aber es sieht halt so fast aus. Aber wie soll es denn sonst klappen hier? Nein. Also das hätte ich nicht erwartet, dass es echt so eine Stelle kommt, wo ich überhaupt nicht mehr weiterkomme. Ja, nein! Ah! Scheiße. Es war knapp. Ich war schon fast rüber. Aber dann bin ich doch runtergefallen. Oh, es muss doch möglich sein. Oh, nee. Oh, und dann hat sich der Block wieder aktiviert. Nee. Ey, es ist echt eine... Krise gerade, ne? Okay, der war schlecht. Nein. Mittlerweile schaffe ich es auch öfter schon auf den Football drauf zu springen. Aber... Der wesentliche Teil, der gelingt mir nicht. Oh, ey, das sieht immer so knapp aus. So, erst einmal, da war es ja richtig krass gerade. Boah, meine Hände sind richtig verkrampft gerade am Controller. Haben andere Leute auch Probleme an dieser Stelle? Oder bin ich so ein Einzelfall gerade? Dass das hier so eine Stelle ist, wo man nicht weiterkommt, so. Weil wir sitzen jetzt fast den ganzen Part nur an dieser Stelle. Das ist krass. Vorher bin ich schon ein bisschen mehr durch die Levels durchgerusht. Boah, wie habe ich denn das gerade gemacht? Nee. Nee. Boah. Ich weiß selbst schon nicht mehr, was gut und nicht gut ist. Hä? Krass, wie war denn der Sprung gerade? Der war ja krass. Jetzt bin ich komplett anders irgendwie gegangen als eben. Tja. Das ist das, wofür ihr eingeschaltet habt. Teil so stellen, wo ich nicht mehr weiterkomme. Mache ich vielleicht irgendwas total falsch oder sowas? Kann das vielleicht sein? Wir fangen jetzt nochmal die ganz schnell von vorne an. Jetzt warte ich jetzt gerade zu einem Rhythmus drin. Vielleicht wird viel mehr Anlauf. Ich glaube, das würde auch mehr Sinn ergeben. Na? Boah. Jetzt ist das komplett anders. Da drauf zu springen. Oh, ich weiß nicht, ob das was werden kann. Es ist anders auf jeden Fall. Aber hat man dadurch andere Chancen auch? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich hier erstmal so ein Timing rauskriegen. Aber auch hier. Oh, kacke. Ne, zu früh. Wow. Nein. Das eine Mal. Wisst ihr das noch? Da war das so richtig knapp. Da hing ich ja an der Kante und bin dann wieder runtergefallen. Ich hab mich schon gefreut. Und dann war es vorbei. Ich muss ja so einen komischen Sprung dabei auch machen. Nein. Nein. So. Das war nix. Das war auch irgendwie nix. Keine Ahnung. Nein. Ich komm einfach nicht um diesen Block rum. Ich komm nicht drum rum. Und wenn, dann bin ich nicht weit genug, um auf die Seite zu springen. Weil ich einen riesen Bogen springen muss dabei. Hm. Nicht schlecht. Also das Spiel hat jetzt meiner Meinung nach echt geschafft, die schwerste Stelle zu kreieren. Für mich. Ich komm hier, egal wie sehr ich es versuche, nicht drum rum. Respekt. Ne. Ich schaff's nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht mal genau, was ich hier so richtig falsch mache. Richtig falsch. Cooles Wort. So. Klar, je weiter oben, desto eher kann man es ja vergessen auch. Jetzt vielleicht. Aber es wird, glaube ich, auch nix ändern. Fast. Kann das ein besserer Versuch gerade sein? Ich bin fast drangekommen, ne? Boah, jetzt. Ich bin auch vollkommen raus gerade. Oh, nein. Wie knapp. Wie knapp. Oh, das tut weh. So knapp wie das ist. Ich, wieso bin ich teilweise so und teilweise dann doch nicht mehr an der einen Stelle, weißt du? Ich springe immer genau gleich, aber irgendwie kommt manchmal doch was anderes bei Raum. Boah. Hm, das war verdammt gut, aber nicht gut genug. Nein. Schon wieder! Ah, kacke. Ich bin drauf und fall dann doch wieder runter. So einmal im Millennium passiert das so, wisst ihr? Und davon kann man sich aber auch nichts kaufen. Nein. Nein. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Egal, der Safe-State sitzt. Der Safe-State sitzt. Wir haben's. Nach 13 Minuten. Okay, oder vielleicht zwölf Minuten oder elf oder so, wie lange ich auch immer hier bin. So, jetzt bloß nicht fair-safe-Staten, bevor ein Rewind mich die Stelle nicht mehr passieren lässt. So, der bugt sich in seinen eigenen Tod. So, ich glaub, jetzt muss ich erst mal warten, bis das genau wieder runtergeht, der Pegel. Man sieht, wie die Stelle hier wird. Ich glaub aber, sie wird einfacher. Oh, nicht schlecht. Ich hab ihn gekillt. Moment, vielleicht krieg ich das ja nochmal hin. Und dann spring ich schon mal zurück. Seht ihr? Dann haben wir das schon mal. Ja, gut. Jetzt muss ich noch ein richtiges Timing hier hinkriegen, um darüber zu kommen. Aber den schweren Teil haben wir hier schon mal gelöst. Also von diesem Teil. Den schweren Teil des Levels. Den haben wir auf jeden Fall schon hinter uns. So, was ist denn jetzt? Ich glaub, ich muss hier im richtigen Timing auch hochspringen oder so. Ich seht ihr, anstatt richtig direkt in der Lava zu sterben. Wow. Krass. Werd ich irgendwie so zurückgespült oder so? Das ist richtig komisch, die... Also ich werd zurückgespült, das ist das. Ah, und dann ist natürlich der Block da oben. Vielleicht sollte ich auch... so machen. Ich hoffe, mir geht das nicht so viel Zeit dabei verloren. Ich hoffe, durch... So. Okay. Oh, wieder so ein scheiß Block. Aber diesmal hat er mich nicht gekriegt. So. Das ist jetzt die Chance, hier rüber zu gehen. Sollte man zumindest meinen. So. Okay. Seht ihr, durch alle anderen Stellen komme ich relativ gut durch. So. Den kann ich hier nur verwenden, um... Wow. Ach, ich sterbe dann trotzdem. Ach so, ich muss das in... in der Zeit schaffen oder so? Okay, das krieg ich ja, glaub ich, wohl noch hin. War's das? Sicher, dass ich in Jöfschi für nichts anderes brauche? Oh. Ups. Okay, da krieg ich einen neuen. Wow. Okay. Ich wusste gar nicht, dass der alte schon weggespawned ist. Weil normalerweise... Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Aber dafür muss ich nochmal warten, am besten. Und... wirklich... perfekt da rein. Das war gut. Ah. Knapp. Ich glaub, springen bringt mehr als... als sie aufzufressen. Ich werde ja abgebremst, regelrecht. Bringt das... mehr die... Doch, springt mehr, die zu fressen. Nicht dem alles zurück. So. Oh, Lava, Lava. Ha. Ich glaub, ich mach grad einen Fehler. Weil jetzt geht das wieder rauf, hier der Pegel. Ja, ich mach grad einen Fehler. Jetzt sollte ich rauf. So, einen Treffer kann ich an sich einstecken. Werde ich jetzt auch hier wohl machen bei dem Fisch. Ist mir jetzt auch egal. Haben wir wenigstens eine schwierige Schelle bewunden. Äh, wo ist denn mein... Wo ist mein Boot? Toll. Es ist weggespawned. Ja, toll. Hab ich da gar nichts von. Warum ist denn das weg? Verschwindet das? Nein, das kann doch gar nicht sein. Es sollte jetzt immer noch da sein. Da ist es. Oh, der Blark. Komm runter. Boah, wie doof das aussieht, wenn er da nicht wirklich in der Lava steckt. Okay, ich kann nur raten, wo mein Boot sich befindet. Boah, es ist ja viel zu weit weg. Als, als dass ich da jemals wieder raufkomme. Oh, fuck. Okay, ich hab's. Äh, was? Äh, nö, nö, nö. Ach, ich muss auf jeden Fall auf diesem Vogel abspringen, aber das kann ich ja gar nicht. Ich muss von ihm ab... Ne, nicht mal das klappt. Stelle nicht geschafft. Irgendwie hätte ich die Kamera, glaube ich, nach... anders scrollen müssen. So, wann hab ich hier eine Gelegenheit? Ne, Quatsch. Ich muss die andere Richtung scrollen. Aber dann spawnt doch mein Boot weg. Okay, noch weiter zurück. Von mir aus. Ja, könnte brenzlig werden. So, wir probieren's mal jetzt. Oh, Mist. So. Also, ich hoffe jetzt dadurch, dass die Kamera wieder in der Mitte sich befindet. Ich hoffe jetzt ist es nicht weggespawnt. Ist es nicht, aber wie komm ich da rauf? Das hab ich eben einmal irgendwie richtig hinbekommen. Und jetzt schaff ich das nicht mehr. Doch. So, seht ihr, jetzt kommt der Vogel nämlich richtig runter und jetzt kann ich auch drauf. Jetzt hab ich auch ne Chance drauf zu gehen. So, dann muss ich das mitnehmen. Ach, aber Blöcke verhindern es. Okay. Mist. Ist mein Boot noch da? Ja. Dann brauch ich schnell diesen Yoshi. Aber ein Ticken zu spät. Ein Ticken zu früh. Aber was kriegen wir noch hin? Schnell rauf. Und mir geht die Zeit aus. Ey, was soll denn das? Ich bin jetzt nicht in die Röhre drin. Ah. So. Scheiße, ich befürchte, dass meine Zeit nicht ausreichen wird und ich vom Checkpoint aus wieder von vorne machen muss. Das kann gut sein. Bis jetzt läuft's gut. Tja, dann kommen die Fische. Okay, Ziel. Keine Kaiser Trap. Okay, geschafft. Yes. Okay, ähm. Gut, wenn ihr... Oh, Bowser Schloss. Ich weiß nicht, ob es das letzte Level schon sein wird. Aber ich glaub, ein bisschen länger könnte es ja wohl noch sein. Ähm. Falls ihr jetzt denkt, wir haben weniger Fortschritt gemacht als sonst, weil wir haben jetzt nicht drei Level, sondern nur eins geschafft. Äh, lasst euch gesagt sein. Jedes Level, was man in einem Kaiser Mario Spiel schafft, ist schon ein Fortschritt. Wirklich. Selbst wenn ich jetzt um eins geschafft hab, ich bin immer noch happy, dass ich da durchgekommen bin. Das ist hart gewesen. Das ist wirklich hart gewesen. Vor allem natürlich nur... Also nicht nur, aber vor allem diese eine Stelle, weil das war wirklich Next Level Shit. Okay. Wir halten uns ran und beim nächsten Mal geht's in Level 7 rein. Bis dann. Bis dann.